Kaolin, auch als Porzellanerde, Porzellanton, Pfeifenerde, weiße Tonerde oder in der Apotheke als Bolusalber oder Pfeifenerde bezeichnet, ist ein feines, eisenfreies, weißes Gestein, das als Hauptbestandteil Kaolinid ein Verwitterungsprodukt des Felsspats enthält. Weitere Bestandteile sind verschiedene andere Tonminerale und unzersetzte Felspartteilchen. Kaolin wird hauptsächlich bei der Papierherstellung und Porzellanbereitung verwendet. Daneben wird Bolusalber unter anderem als Bestandteil mancher Pudergrundlagen verwendet und auch Lebensmitteln zugesetzt. Der Preis für eine Tonne Kaolin lag in den Jahren 2003 bis 2005 um 70 britische Pfund, da der Verbrauch nur wenig geringer ist als die Fördermenge. Im Jahre 2003 wurde ein Verbrauch von 45 Millionen Tonnen durch eine Fördermenge von 45,6 Millionen Tonnen abgedeckt. 2013 wurde mit dem Kaolin erstmals ein lockerer Gesteingestein des Jahres. Etymologie Das Wort Kaolin wird von dem chinesischen Ortsnamen Gaoling abgeleitet. So heißt ein Ort in der Volksrepublik China im Nordwesten der Provinz Yangtze, wo die Weiße Erde eben das eingedeutschte Kaolin gefunden wurde. Das Wort kam im 18. Jahrhundert durch einen französischen Jesuitenpater nach Europa, wo es die bisher üblichen Bezeichnungen Weißen oder Passauer Erde ersetzte. Vorkommen und Abbau Bereits vor 2000 Jahren wurde ein Vorkommen auf den äolischen Inseln ausgebeutet. Es können zwei Arten von Kaolin-Lagerstätten unterschieden werden. Primäre Vorkommen Man unterscheidet hydrothermale Lagerstätten von residualen Lagerstätten. Granite oder Riolite werden vor Ort also in situ durch Oberflächenwasser, fließendes Grundwasser oder hydrothermale Fluide chemisch verwittert. Sekundäre Vorkommen Sekundäre Kaolin sind zumeist umgelagerte primäre Kaolin. Am Ort der Entstehung wurden sie erodiert, anschließend transportiert und gemeinsam mit anderem Material in Form von Linsen abgelagert. Manche sekundären Kaolinite entstanden durch hydrothermale Alteration, also chemische Verwitterung durch Grundwasser von Akkosen. Als Akkose wird ein Sediment mit einem Feldspatanteil von mehr als 25% bezeichnet. Siehe auch, Kaolin kommt in der Natur vergleichsweise selten vor. Nennenswerte Lagerstätten befinden sich in Brasilien, in den USA, Deutschland, England, Tschechien, Japan, China, Indien und auf den Philippinen. Die weltweiten gesicherten und wahrscheinlichen Vorräte werden auf 14,2 Milliarden Tonnen berechnet. Die weltweite Jahresproduktion betrug im Jahr 2003 45,6 Millionen Tonnen. Ausgehend von diesen Daten reichen die weltweiten Kaolin-Vorräte theoretisch noch bis ins Jahr 2300. Die größten Produzenten sind Brasilien, die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Tschechien. Aus diesen Ländern stammten 2003 rund zwei Drittel der Jahresproduktion. Die größten Abbauunternehmen weltweit sind immer Rieska, DAMP, PSA, Thiele, BASF, Huber und die Amberger Kaolin-Werke, die mittlerweile unter dem Dach der Quarzwerke-Gruppe agieren. Abbau in Deutschland, Polen, Tschechien, Ukraine. Hauptabbaugebiete für Kaolin in Deutschland befinden sich bei Hirschau in der Oberpfalz. Im Kaolin-Revier in der Hirschau Schneidenbacher Senke befindet sich einer der bedeutendsten kontinentalen Kaolin, Quarzsand- und Feldspattlagerstätten Europas. Die Amberger Kaolin-Werke, der größte Hersteller des Industrieminerals Kaolin in Deutschland, und die traditionsreiche Firmengruppe Dorfner bauen dort im Tagebau die Ruherde ab. Zu Porzellan verarbeitet wird es vor allem in den Firmen Seltmann, Weiden und Bauscher, in Lohrheim im Taunus und auch im Westerwald wird vereinzelt Kaolin abgebaut. Ein weiteres Abbaugebiet liegt im mittelsächsischen Hügelland bei Seilitz und Chemlitz. Aus dem dortigen Vorkommen wird Kaolin, das über eine kaolinitische Verwitterung von Graniten entstanden ist, für das berühmte Meißner Porzellan gewonnen. Bei Hoburg im Leipziger Land wurde von 1901 bis 1965 Kaolin abgebaut, das ebenfalls für Meißner Porzellan verwendet wurde. Aus Gruben im Raum Halle bei Salzmünde, Möderau, Etzdorf, Spergau und Rosbach wird Kaolin und weiß brennender Ton durch die Kaolin und Tonwerke Salzmünde GmbH abgebaut. Kleine Vorkommen gab oder gibt es noch im Rheingau bei Geisenheim sowie in Rheinhessen. Die Unternehmensgruppe Quarzwerke Gruppe Frechenamberger Kaolinwerke betreibt neben dem Werk in Hirschau-Schneitenbach den Abbau in Chemlitz sowie in Kaminau in der sächsischen Oberlausitz. In Polen wird der Kaolinabbau in Naumburg am Quais und in der Ukraine in Gluhivzi durchgeführt. Tschechische Abbaugebiete befinden sich bei Pilsen und Karlsbad. Weitere meist stillgelegte Kaolin-Gruben befinden sich um Liesgau und Röblingen am See in Sachsen-Anhalt sowie im Erzgebirge bei Aueif. Österreich ist nach Deutschland sechstgrößter Produzent der Welt. Hauptvorkommen und Betriebsstätten in Österreich befinden sich in Kriechbaumweinzierl, Schwertberg, Tragwein, Grube und Tagbau und Aspeng, Zöbern. In Österreich ist die Kamich in Tragwein das größte der drei bestehenden Förderunternehmen. 2004 wurden in zwei niederösterreichischen und einer oberösterreichischen Abbaustätte 80 Personen beschäftigt und 104.986 Tonnen Rohkaolin im Tagbau, im oberösterreichischen Tragwein auch im Grubenbau, gefördert. Dies ergab 16.345 Tonnen Rhein-Kaolin in Tragwein und 5.832 Tonnen Moskowit-Glimmer in den niederösterreichischen Abbaustätten. Varietäten des Kaolins tragen Bezeichnungen aus dem angelsächsischen Bergbau, die von der weiterverarbeitenden Industrie übernommen wurden. Balclays enthalten nur geringe Mengen an weiteren Mineralen bzw. organischem Material. Durch Brennen entstehen weiße Produkte wie Sanitärkeramik, aber auch Fliesen und Kacheln. Fireclay wird unmittelbar unter Kohleflätzen gefunden und hat abgesehen von höherer Temperaturbeständigkeit ähnliche Eigenschaften wie Balclay. Abhängig vom Ablagerungsmilieu kann vulkanische Asche in Minerale umgewandelt werden oder bleibt als solche erhalten. Wasser ist notwendig für eine Alteration der Aschen. Wenn das Ablagerungsmilieu sauer ist, zum Beispiel in Kohlesümpfen, in denen organische Säuren aus dem Zerfall von Pflanzen vorkommen, wird die Asche zu Kaolinit umgewandelt. Dieses Gestein wird als Tonsteins bezeichnet. Alte Tonsteins, die eine Ausfällungsreaktion durchlaufen haben, sind Fireclays. Underclays können Kaolinit enthalten, müssen es aber nicht. Der Underclay ist der Bereich unmittelbar unter einem Kohleflütz und war der Boden, auf dem die Pflanzen wuchsen, die heute die Kohle bilden. Wenn Underclay als Fireclay bezeichnet wird, ist der Reich an Kaolinit. Aus Underclay, Fireclay oder Flintclay werden feuerfeste Ziegel und Zimente, zum Beispiel für den Formsand in Gießereien hergestellt. Flintclay ist hartglatt und bricht muschelig. Er entwickelt keine Plastizität, wenn er mit Wasser versetzt wird und kann nicht gelöscht werden. Flintclay kristallisiert aus einem Gel mit Kaolinit Zusammensetzung am Boden von Seen, möglicherweise Kast-Seen, aus Eigenschaften Kaolinit als Hauptbestandteil von Kaolin ist ein hydratisiertes Aluminium-Silikat. Die theoretische Formel ist AL2O3-2CO2-2H2O oder als Summenformel AL2-C2O5-4. Im Colorindex wird es unter Pigment-Weiß 19 und mit seiner chemischen Struktur unter CIA 77005 geführt. Es ist ein natürliches, feinkörniges und gut kristallisiertes Tonmineral mit einer buchartigen Struktur. In jeder dieser Buchseiten wiederholt sich die gleiche Schichtung von oktahetrischen Aluminat- und tetraetrischen Silikatschichten, die über Schichten von Sauerstoffatomen verbunden sind. Durch diese Schichtung ist die Plastizität zwar gering, aber der chemische Aufbau bringt eine hohe Feuerbeständigkeit und es bildet sich beim Brennen ein fester, dichter Scherben. Zudem führt diese Struktur zu geringen Partikelgrößen. Kaolin ist ein weißes Pulver mit einer Dichte von und das einzige weiße, technisch verfügbare Mineralpigment, das natürlich mit einer Partikelgröße von weniger als 2 Mikrometer vorkommt. Der Schmelzpunkt von Kaolin liegt bei etwa 1450 Grad Celsius. Der Weißgrad der trockenen Reflexion liegt bei 82% für einen groben Kaolin und bis 87% für feinen. Ein wasserfrei kalzinierter kann auch über 91% erreichen. Der Brechungsindex beträgt 1,56. Seine Moscheehärte liegt bei 2,5. Ein feiner Kaolin hat einen kugeläquivalenten Partikeldurchmesser von 0,5 Mikrometer und einen Anteil von 90% Partikeln unter 2 Mikrometer. Für ein 325-Marschensieb beträgt der Rückstand weniger als 0,01%. Einfachere grobe Kaolin haben einen äquivalenten Durchmesser von 3,5 Mikrometer und bilden auf dem 325er Sieb 0,1% Rückstand. Aber auch ein solches hat 40% der Partikel unter 2 Mikrometer. Der Ölbedarf als Maß der relativen Oberfläche beträgt 32 Gramm 100 Gramm für einen groben Kaolin, 45 Gramm für einen 100 Gramm feinen und 55 Gramm für einen 100 Gramm kalzinierten Kaolin. Verwendung Neben dem Einsatz als Borzellanerde wird Kaolin vor allem als Füllstoff eingesetzt. Seine Pigmenteigenschaft ist von der Art des Substrats abhängig. Dank seines hohen Schmelzpunkts von 1450 Grad Celsius dient Kaolin in der Keramikindustrie hauptsächlich als Grundlage zur Herstellung von weißem Porzellan und für hellbrennende Tonmaßen. Bekanntes Endprodukt ist das Meissner Porzellan. Ein Zusatz bei der Herstellung von Boden- und Wandfliesen fördert die Qualität. Je höher der Kaolin-Anteil, desto größer kann die Fliese sein, da ihre mechanischen Eigenschaften nach dem Brennen verbessert werden. Pigment und Füllstoff als weißes Pigment wird es zur Herstellung von Streichfarben und Anstrichmittel gebraucht. Bei der Papierherstellung hat es eine doppelte Aufgabe als Füllstoff in der Masse und Streichpigment für Beschichtungen. In Polythylen kann Kaolin als Füllstoff zur Verbesserung des Elastizitätsmoduls eingesetzt werden. Weich Kaolin wird in der Reifenproduktion eingesetzt. In der Kosmetik dient es als Grundlage zur Herstellung von Puder, als Grundstoff in der Blei- und Farbstifterzeugung. Kaolin wird in der Lebensmittelindustrie als Trägerstoff, Trenn- und Bleichmittel zugesetzt. Hierauf beruht die Bezeichnung Bleicherde, da es aufgrund seiner Struktur gut zu absorbierende Nebenstoffe aufnimmt. Vom menschlichen Darm wird Kaolin nicht aufgenommen, sondern unverändert wieder ausgeschieden. Die eingesetzten Mengen sind zudem sehr gering und die Substanz gilt als unbedenklich. In der EU war es bis zum 31. Januar 2014 als Lebensmittelzusatzstoff mit der Nummer E559 für bestimmte Lebensmittel und als Trägerstoff für Farbstoffe zugelassen. Kaolin wird auch für Nutztierfutter verwendet. Kaolin wird auch bei der edele Obsterzeugung als Sonnenschutzmittel für die empfindliche Apfelschale in wässriger Suspension in den Plantagen ausgebracht. Sonstiges als gerinnungsförderndes Mittel in Bluthentnamerröhrchen, als Bettmaterial bei der Vergasung von festen Brennstoffen in Wirbelschichtvergasern. Wie andere Saugendepulver kann auch Kaolin als Reinigungsmittel für Fettflecken auf Stoff oder Papier verwendet werden. Es wird dick aufgetragen und während einer längeren Verweildauer verteilt sich das Fett aus dem Gewebe in der größeren Menge Kaolin. Gereinigt wird durch Abklopfen in der Kosmetik als Gesichtspackung, Wirkung, Reinigende und Fettabsorbierende Wirkung bei Hautunreinheiten. In Kombination mit Cayenne-Pfeffer, Senföl und Wasser wird Kaolin in Form von Monari-Packungen als Wärmetherapie bei Schmerzen und Verspannungen am Bewegungsapparat einzeln oder in Kombination mit Massage eingesetzt. Schmerz-Packungen als Wärmetherapie bei Schmerz-Packungen als Wärmetherapie bei Schmerz-Packungen als Wärmetherapie bei Schmerz-Packungen als Wärme und Schmerz-Packungen als Wärmetherapie bei 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 Schmerz-Packungen als Wärmetherapie Vielen Dank.